willkommen zurück bei seven days die horne nacht ist überstanden und ich habe hier schon mal vorgearbeitet ich wollte ja diese schütte hier ein reichen so mal schauen wie stabil die ist wenn ich jetzt hier die schlüsse wegnehmen ach hier ist ja doch was ja das ist okay und ich muss natürlich ein auge halten weil da drüben noch irgendwo die hunde will er nicht dann gibt mir mal bitte die axt machen wir von draußen so wo stehst du denn noch hmm hmm okay scheint als wollte er nicht das würde wieder ein notversteck für die nächste horde nacht ich bräuchte eigentlich noch vieles dachter kommt ja nicht hoch warte mal ich habe noch die zange in der hand die sollte ich hier lassen sonst vermisse ich sie beim nächsten mal da und b brauche ich mal die french man so und zwar wollte ich mal die lampe da oben ob ich elektrische teile rauskriege ja danke fällt dich zusammen doch jetzt aber immerhin bringt mir das schön eisen wo da kommen sie hier auch noch eine ok war jetzt zu ja freunde am horde bunker könnt ihr nichts hier mit mir anrichten wer will noch noch einer aua so das war's glaube ich gut das war's ich baue da ich baue da oben noch eine klappe an so hier lag irgendwo ein komm ich da ran aber ja danke ah das ist ein buch und die dinge kann ich natürlich nicht benutzen brauche ich die ach komm hier knochen weg hä so aber war natürlich klar der ist voll und der ist jetzt auch voll so jetzt wollte ich hier gucken die wuffel sind weitergezogen war die wuffel sind weitergezogen ok kann ich mit leben dann würde ich sagen hole ich jetzt noch das restliche eisen ab so und dann fahren wir nach hause entschuldigung so wenn wir das zeug schnell abgeben und dann mal zurecht reingehen ob er was neu zu kaufen hat ja dann würde ich sagen gehen wir wieder zu unserem plan zurück ich brauche messbecher für den chemietisch ich brauche messbecher für den chemietisch das heißt ich werde die anderen beiden händler abklappern müssen und zwar werde ich erst zu ihr hin fahren und wenn sie keinen hat fahr ich weiter weil da kann ich mir noch zwei drei missionen machen so baumaterialien zack kohle geht weg das blei geht schon mal hier rein so das sind baumaterialien die brauche ich nicht schießpulver geht schon mal hier rein elektrische teile ach Mist ich habe die high power munition vergessen die geht natürlich wieder zurück zum bunker so die säure bleibt hier die lappen bleiben hier eisen bleibt hier messing geht hier rein haben wir davon noch mehr nein den grill mache ich später essen brauchen wir so viel nicht eier rohes fleisch das hier unten verkaufen wir jetzt alles dann sind wir startklar oh erstens reparieren zweitens reparieren und drittens haben wir keine reparatur kits mehr aber wir haben noch fünf davon und brauchen fünf geschmiedete eisen holz 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 ich habe kein holz mehr natürlich habe ich noch holz 50 sekunden dann mache ich die gleich voll so gut zwischenzeitlich können wir mal hier oben gucken wächst noch wächst noch wir sind schon fertig da wächst noch der wächst noch und der auch haben wir noch saatgut nein doch wir haben ein saatgut wir haben zwei saatgut und wir sind schon wieder sehr hungrig sehr hungrig so war hier noch was drin ja also wir haben hier messen wir haben hier baumaterialien wir haben hier wasser ach nee warte mal A haben wir hier nochmal drei und B das war das ja anklicken Rezepte Wasser zack zwei minuten bitte chili das halt da danke reparatur kit klebeband geschmiedetes eisen sechs stück danke gespiegeltes eisen geht zurück und wir sind fertig warte mal wir haben ich sollte mal gucken ob ich noch zu essen kochen kann eine kartoffel haben wir noch eine kartoffel haben wir noch was kann der wildbret eintopft der braucht zwei kartoffeln der braucht eine kartoffel da haben wir aber keine erbsen das steak braucht zwei kartoffeln der wildbret eintopf zwei der gemüse eintopf auch zwei okay können wir nichts wir können wir höchstens hier speck mit eiern machen zweimal so viel spaß direkt alter knacker ja jetzt bist du dran oh 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 ja zeig mal den inventar money talks bullshit walks so fangen wir an kannst du haben kannst du haben so hast du irgendwas was mir weiterhilft zum beispiel chemie tisch nö 37 explosiv magazin tools digest nein brauchen wir nicht ambos haben wir schon ja komm wasserfilter 7500 da habe ich kein geld mit thank you very much and now you can go fuck yourself ja du mich auch mal ah nee lieber nicht snapsiv so die nehmen wir mit auf die reise munition haben wir munition haben wir trinken haben wir davon haben wir 10 einen Topf haben wir jeweils drüben fertig mit allem, okay ja, das reicht die lassen wir hier wir haben noch Erbsen wir haben Erbsen, wir haben Tierfett wir haben Mais hier, ah ne, Peers sind ja Birnen alles klar gut, dann würde ich sagen rauf aufs Fahrrad so, wo wollten wir jetzt als erstes hin da ist Bob und da ist You und da ist ein Erdruck haben wir die schon abgeholt ich würde sagen, wir fahren zu Bob und dann hier schräg durch zu You aber nicht nachts genau mir geht es jetzt oh warte mal ich bin auch doof wir sollten das Geld mitnehmen falls er wirklich was hat was uns interessiert dann sollten wir Geld beihaben so zwei Kilometer ich würde sagen wenn nichts Aufregendes passiert dann fahren wir da in einer Tour durch und das heißt Zeitraffer bis gleich top bis gleich einen hat schon an nach bis้ bis Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Zweitens. Hast du. Äh, warte. Der hat den, äh, den Mikroskop nicht. Doch, da. Fahrradlenker, Elektrozaunpfosten, Lautsprecher, Dartfalle, aber er hat keine, äh, Reagenzglas. Messbecher. A, ist Caps Lock drinne. B, Nö, hat er nicht. Okay. Schalter braucht man nicht. Nehmen wir die Stromdinger mit. Wo waren die? Hier. Ich nehme sie mal mit. Andy. Tschüss. Hab eilig, ist 18 Uhr. Wir müssen nämlich, mache ich das heute oder morgen? Wie weit ist denn das? Drei Kilometer. Ich würde ja sagen, äh, es hat den Vorteil, dann wird es heute kurze Folge, weil, da mache ich zwei Zeitraffer und, ja, da mache ich zwei Zeitraffer. Aber, ja, gutes, unbekanntes Gelände. Hm. Egal, jetzt bin ich unterwegs. Jetzt bin ich unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir 22 Uhr schaffen. Wenn ja, ist es gut, dann übernachten wir dort. Wenn nein, ja, dann wird das, äh, hoffentlich nicht so ausgehen, wie beim letzten Mal. So. Das heißt, ich schmeiße erst mal den Zeitraffer an. Wenn was kommt, stoppen wir wieder, wa? Also, bis gleich. Bis gleich. Musik Ähm, die Gegend kenne ich doch. Hier sind wir doch beim letzten Mal gestorben. Aber warum habe ich das da nicht auf der Karte? Bei der Höhle sind wir doch das letzte Mal gestorben. Ja, ist er nicht mehr weit. Da kreisen schon die Geier und warten. Aber diesmal tue ich euch nicht den Gefallen und kratzt ab. Ich gucke trotzdem mal. Ja, okay, die Waffen sind noch. Oh. Du hast nicht genug Ausdauer. Aber ich habe Eier. Greifen die mich an, wenn ich die Nesterplünder? Noch zwei Kilometer. Und ab hier können wir wieder fahren. Gleich. Sieht seltsam aus, die Ebene mit den Bäumen da drinnen. Aua! Ach so, der Kaktus. Downhill. Downhill. Moin. Keine Zeit. Ich will vor Sonnenuntergang zu Hause sein. Also da in meinem Unterschlupf. Hi. Ich sehe Geier und gucke erst mal links unten, ob ich noch verletzt bin. Oh, guckt euch das hier an. Eins, zwei, dreimal Blei. Vier, fünfmal Blei. Also sorry, aber den Punkt hier... Markieren wir uns mal. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe, Freunde. Ich bin schon auf der Flucht. Aua! Ich bin schon auf der Flucht. So, könnten wir es schaffen. Ein Kilometer noch. 1,4 Kilometer. Mann, ist hier viel, viel Zeug. Ein Kilometer. Ein Kilometer. Ich bin schon auf der Flucht. Moin. So. Gut. Letzte Kilometer. Ach ja, wir kommen jetzt wieder ins Schneebiom. Richtig, da war ja was. Da war ja was. Da ist Honig. Haben wir Zeit dafür? Axt, Axt, Axt. Da. Danke. So, 700 Meter. Ah, das schaffen wir noch. Und wenn nicht genau 22 Uhr, dann kurz danach. Keine Zeit. Ich habe einen Termin. Entschuldigung. Später vielleicht. In der Woche ist wieder Horde. Da könnt ihr dann zur Party kommen. So. Doch, jetzt regnet es wieder. Halbe Stunde noch und 300 Meter. Mann, da ist immer eine Oma schneller. Die schafft 300 Meter eine halbe Stunde. So. Und Schnee. Jetzt muss es bloß noch ein Bär und ein Berglöweln über den Weg laufen. Wir sind doch schon da, wa? Ja. Da oben schlafen wir. Cool. Juh, wie lange hast du... Offen. Ich hätte eigentlich auch in der Seite reingehen können. Ja, komm, nicht genug Ausdauer. Moin, Juh. Wir sind jetzt geöffnet. Ernsthaft? Geh zu nahe an die Garten und ich schreie. Ist das denn... Oh Mann, ey. So. Oh! Ernsthaft? 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 ja scheiße das ist ein zombie mach ich's auch kaum machte dich kaputt mein freund warte mal ich nimmer schon den bereit nicht weglaufen hier kann ich ganz schöne menge einstecken oder soll ich wirklich schießen ist aber noch nicht tot wo ist sein kopf jetzt ist er dort warte mal so du bist durstig ja dann trinken wir mal schnell was wir haben dreimal schmeckt also wir haben nur sechs eier kochen da haben wir noch 50 fleisch übrig ok sieben pfeile konnte mal wieder zurückholen apropos wir haben null punkte 23 uhr ich würde sagen ich verbringe den rest der nacht damit die wand anzustarren sofern kein zombie kommt also würde ich sagen wir sehen uns morgen früh um vier uhr war bis denn so es ist gleich vier uhr wir müssen sehr leise sein ich habe über nacht besucht bekommen guck mal da drüben einer von diesen schreckenswölfen schreckenswölfen ja hier kann eine wanderhorde vorbei wir sind die lang marschiert die scheinen jetzt aber alle weg zu sein übrig geblieben ist der wolf und dahinten naja der war gestern abend schon da ob ich die mal zack hahaha guckt euch den an guckt euch den an wie hübsch der aussieht oh 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 ich will hier nicht runter fallen der sieht mich nicht ups 4 uhr mein freund 4 uhr mein freund 4 uhr willkommen zu traiter hughes wir haben die beste Weapons im navis game wow wie viel munition brauchen die ja mist wow 4 uhr 5 uhr 4 uhr 5 uhr 5 uhr 6 uhr 8 uhr 1 uhr 5 uhr 1 uhr 1 6 uhr Ist das euer Ernst? Ja, der sprengt sich gleich in die Luft. Noch einer? Bleib liegen. Feuertag, meine ganze Munition. Ich habe wirklich meine ganze Munition verballert. Shit. Ja, Freundchen. Davon habe ich noch Munition. Und ein bisschen Gammelfleisch. Ah, guckt euch den an. Oh, warte mal. Wow. Zweimal Handfeuerwaffen. 44 Magnum. Qualität 5. Speere. Qualität 3. Cool. Was haben wir an Stiefeln? Nerdstiefel Qualität 2. Nerdstiefel Qualität 3. Abschließen und die hier verändern. Rein damit abschließen. Da kriegen wir nochmal 160 für. Gut. 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 Ja, dadurch, dass wir jetzt keine Munition haben, würde ich fast sagen, machen wir uns wieder auf dem Heim. Ach ja, richtig, da war ja was. Machen wir uns wieder auf dem Heimweg. Warte mal, da komme ich noch mal rein. Ist immer noch nicht nachgewachsen. Okay. You loot, I shoot. Fing gut. Wer ist leer? Guck mal, ich loote. Oh. Ah. Und 15 Stahl. Bisschen Eisen. Bisschen Holz. Und ein bisschen Zement. Und nochmal. Forge Ahead. Danke. Und ein Lappen und etwas Benzin. So. Wenn du jetzt noch Messbecher hast, dann wäre ich richtig glücklich. Ich hoffe, du bist der Biontype. Und nicht der Browser. Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Nein. Oh, Entschuldigung. Äh. E. Darf ich dein Inventar sehen? Also. A bekommst du das Ding. W bekommst du das Ding. Und C. Hätte ich gerne einen Messbecher von dir. Werne. Oh, Qualität 3. Doppelläufiger. Wir haben eine Qualität 1. 2100. Das klingt gut. Hier hast du nichts. Lähmen Sie Mod. Brennender Schaft Mod. Technik Friedband 4. Fertige Geschützturmpatronen. Hilft mir nicht weiter. Dazu bräuchte ich erst mal die hier. Na gut. Also du hast keinen Messbecher. Nee. Now you're armed and dangerous. Just like me. So. Handelsrouten. Trader U. Ziele. Plus 4 Stufenpunkte. Hm. Ach so. Das ist was anderes. Hier haben wir eine. Den können wir mal einlösen. Wenn wir bei dir eine Mission machen, mein Freund. Was hast du denn? Befallene. Stromzufuhr. Beseitige Zombies. Abholen und säubern. Nothing better than getting paid for the death certificate. I accept you. Nothing better than putting the dead back on the ground. Mal gucken, wenn wir hier zwei, drei Missionen machen, ob wir dann vielleicht, ähm, den nächsten Händler kriegen. Gab sie nicht auch einen Ausgang? Gly nehm ich immer gerne mit. Das heißt, ich gehe jetzt so hoch, lade jeden überflüssigen Krempel ab und dann in der nächsten Folge machen wir dann Missionen. Und zwar 300 Meter in der Richtung. So. Da braucht man alles nicht dafür. Das hat man verkaufen können. Ach, hier haben wir noch ein zehnten Glas Honig. Okay. Das essen wir, das essen wir. Der Schmader kann weg. So. Ja. Oh, wir haben noch 68 Schuss. Und keine Schuss. Und genug Schuss. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir beim nächsten Mal. Hier. Der da fehlt uns. Dann machen wir beim nächsten Mal ein, zwei Missionen in der Hoffnung, den nächsten Händler zu finden. Bis dahin sage ich danke für Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem. See you later.